So viel Lava. Dabei bin ich noch gar nicht in der Hölle. Ob sie hatten wir ja eigentlich schon gefarmt gehabt. Theoretisch kennt man ja in die Hölle gehen. Oh Diamantos. Ich habe so viel Glück. Sechs Stück haben wir schon wieder. Ich habe so viel Glück. Ich habe so viel Glück. Ich kommentiere gerade wieder zu wenig. Wenn ich wüsste warum. Keine Ahnung warum. Oh noch mehr Diamanten. Hat der schon so viele Diamanten gefunden diese Folge. Haben wir ja mehr Diamantadern gefunden als ich Adern am Fuß habe ey. Wahnsinn. Da 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 da. Da 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 Du 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 die 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 ich hätte immer schiff gedrückt hallo hab noch ne Hülle gefunden w w w w w w w w w Oh, hallo? Oh, Niklas, sowas kann auch schief gehen, wenn du hier oben lang kletterst wie so ein Affe. Hier ist wieder so ein Riesensystem, die könnte überall alles sein. Aber ich habe nicht die Zeit, alles zu untersuchen. Ich platzierte aber meine Fackeln in eine Richtung und gehe den Weg dann zurück und loote einfach, also was ich unterwegs finde. Ich schweige, wer muss denn hier looten? Nee, ist doch eh nichts Besonderes. Aha, da geht es noch weiter. Wahnsinn, wie groß die die Hüllen sind, ey. Wir können ja beim nächsten Mal dann, ähm, wieder Hüllenforschung betreiben. Jetzt vorerst gehen wir erstmal den Weg zurück und dann gucken wir weiter, wenn wir diesmal hier sind. Aber hier haben wir schon ein bisschen vorgeleuchtet, alles Mögliche. Dah, 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 da, dah. dumped人 vom K tratar. Da, da, du, da, du. Da, du. Da, du, da, dum. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la la-la-lang-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- dann das und wirks zu ende schiedi mit tv das nächstes kommt und wir haben es das war es nicht anhalten bitte da 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 использовать da dann dann dort bin ich richtig op oder was ich für bursche hier sei es dunkel da gehen wir hier bauen wir noch ein bisschen was ab und dann gehen wir zurück schweige die höhle hatte ja noch einen weiteren weg gehabt oder zwei weitere wege an die von mir kommen ja Die nächsten Folgen heißt dann nachher wieder Holzfarben, die Jungs. Dürfen ja Ressourcentechnik dann wieder sehr gut ausgerüstet sein. Vor allem hier geht es einfach noch weiter. Wahnsinn, wie groß die Höhlen sind. Na, der Soundweg ist nicht so cool. Oh, hier mal ein bisschen Battlemucke jetzt. Das ist einer von diesen, wenn du gegen Dagaia's zu einer Lakaien-Camps, der Soundtrack. Für die, die es nicht wissen. Oh, hier mal ein bisschen. Da daın! Holy fuck! Geh, 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 geh.